Wir müssen Bänder hinten hinlaufen. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. So eine Ruhe. Ina, wo sind wir denn heute hier? In Westfalen. In Westfalen drin. Die tiefste Westfalen rein gegangen. Guck mal, die sind alle irgendwie so merkwürdig. Guck mal, die sind alle ganz merkwürdig verkleidet irgendwie heute. Da sind sie. Was ist das? Da sind sie dienstlich hier. Dienstlich? Ja, ja, das sind Ärzte, Steuerberater und so. Sie müssen ja in Dienstkleidung kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht nach Dienstkleidung aus. Guck mal. Absolute Dienstkleidung. Das ist auch im Krankenhaus, dass die so Bäubchen tragen. Ja. Ist auch so. Ja, ja, ja. Okay. Das brauchen wir gerade. Wie geht's dir heute so? Och du. Ich hab irgendwie... Ich hab Bock ein bisschen auf Karneval. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Ich fand eigentlich, Karneval ist nicht unbedingt mein Die Luftballons, die kenne ich gerne. Das sind die vom Luftgekund. Luftgekund, der macht alle Veranstaltungen in Münster. Unbezahlte Währung, das ist unbezahlte Währung. Bezahlte Währung, wenn ich nicht meine, nicht aus. Unbezahlte Währung. Das ist ein Luftgekund. Gutes Geschäft, gutes Geschäft. Wir haben eine Reichweite. Wir haben eine Reichweite. Guck mal, hier sind die Ärzte und die Unrace. Wir sind hier wirklich gut rein. Wir sind hier gesteppter Bär. Das ist ein Taxi. Ich wusste gar nicht, dass es Taxi-Kostüme gibt. Wer noch Kostüme braucht, jetzt ist ja, weil ich hier ein Kostüm trage. Und ein Taxi sieht mit sich aus. Das passt dann auch schon. Egal. Das Beste ist übrigens, dass wir gar nicht wissen, aber man uns überhaupt versteht. Es kann sein, dass es einfach nur ein Video ist. Zwei Bescheuerte die ganze Zeit labern, 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 labern. Aber es ist einfach kein Inhalt. Was wir hier gerade reden ist, man weiß nicht, ob ihr uns versteht. Es ist sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Ja. Können wir das nicht laufen lassen? Können wir das nicht laufen lassen? Und dann sprechen wir was aus Kostüme? Sieben was ganz andere? Was macht man noch, wenn man viral geht? Ach so, ja. Wir sind sehr viral. Ja. Wir laufen mal kurz. Guck mal, da ist vielleicht eine Freiheitsstatue. Da werden wir gestern in Afrika. Ja. Voll. Voll. Guck mal, wir tanzen auch so. Wir sind richtig bei Laune. Ja, wir gucken mal weiter, was so ist. Ach guck mal, jetzt kann man uns aber auf jeden Fall verstehen. Jetzt verstehen wir uns auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute bei Westfalen hat auf die Pauke. Mit dem Funky... E.V. Boom wollte ich eigentlich. Da weißt du auch noch. Hey, weißt du, dass ich da versteht aber noch kommen würde? Dem Funky E.V. Boom oder was? Das ist immer, weil wir hier nie was für den Funky. Ah, ja. Also er kriegt das alles Rohmaterial. Ja, das ist echt. Wir sind real. Das ist E-Sum-Sache. Für uns ist das Hashtag E-Sum-Sache. Be Funky! Be Funky! Wir müssen auch unser Video so enden. Dann schmeiß ich gleich dein Handy auf den Boden. Geil! Danke! Okay, vier Minuten. Oh Gott, was ist das? Wie geht man hier zu uns? Wie geht es zu uns? Den kennen wir, den kennen wir, den kennen wir. Den kennen wir, den kennen wir. Ja! Ja! Wir sind im Fernsehen, aber das kommt heute noch nicht davor. Quasi! Ja, aber das ist ja das wirklich wahre Fernsehen, was wir haben. Was wir hier gerade machen. Ja! Das ist wie... Wie heißt die? Reality Show. Genau! Das sind Pair und Ina in einer Reality Show. Real Reality Show! In einer Real Reality Show. Und das heißt... Das Leben von Pair und Ina. Aka. Funky. Tistas. E.V. Ja. Und so weiter. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was hier drin ist. Ina, komm, wir müssen einmal rumlaufen. Und hier, komm, da kann dann noch 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 noch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! So! Oh, oh, warte, warte, du musst das... Das? Einmal kurz Kopf weg, das spiegel ich dann nachher. Wenn die, oh, oh, in manche Richtung. Oh, oh, oh. Das spiegel ich dann. Weißt du, dann schneide ich einmal kurz... Du bist Profi. Ich bin Profi. Ich kann Bilderspiegeln. Du kennst dein Bild. Und jetzt müssen wir rückwärts reingehen. Oha! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mir ist gute Laune! Das ist immer so im Backstage. Wenn wir im Backstage tun, ist da immer richtig gute Laune. Es wird getranzgelacht. Wir zoomen auf den Tischen, unter den Tischen immer. Überall. Das ist eine Lüge. Wieso? Ja, guck dir das an. Die Stimmung ist doch super. Ist doch nichts gegen zu sagen. Aber sonst? Oder? Ja, nee, es ist nichts gegen Sie zu sagen. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, Westfalen hört auf die Kauke. Wir verabschieden uns für heute. Von unserem Livestream hier. Und wünschen euch alles erdenklich Gute. Im Leben und auch privat. Und sehr viel Privat auch. Ja, alles Gute. Gut. Guck mal, hier ist noch einer. Können wir da einmal kurz reinigen? Ich bringe nur den Sekt. Wir hören so kurz am Ende. Ich bin ich jetzt. Ich bin ich jetzt. Vielen Dank.